speed dating teil 2 von 3 so vor marie ist auf eine speed dating veranstaltung gegangen ihr erstes date ist vorbei und es lief furchtbar marie versucht sich zu entspannen als sich der nächste mann an ihren tisch setzt hallo ich bin marie ich bin dirk siehst du einen mann in einem roten mantel mit einem roten mantel nein tue ich nicht ach wo ist der hin wer ich glaube ich werde von einem mann in einem roten mantel verfolgt verfolgt warum mach ein bisschen platz ich muss die tür beobachten okay aber was ist hier los er trägt eventuell eine verkleidung ich bin 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 ich Mit Polizisten kann man nie vorsichtig genug sein. Dich verfolgt ein Polizist? Natürlich. Darf ich fragen, warum? Oh nein! Sieht der Mann mit dem Hut da drüben verdächtig aus? Nein! Ich meine, ich denke nicht. Ich meine, ich denke nicht. Moment mal, warum verfolgt dich nochmal ein Polizist? Vielleicht ist es der Mann an der Bar. Er schaut ständig. Wirklich? Ich wette, das ist er. Er wartet nur auf den richtigen Moment. Den richtigen Moment für was? Ich gehe nicht zurück ins Gefängnis. Sie werden mich nie kriegen. Dich kriegen? Er kann uns hören. Ich gehe nicht zurück ins Gefängnis. Du machst mich nervös. Das war eine schlechte Idee. Ich sollte mich nicht in der Öffentlichkeit aufhalten. gerne. Ich muss hier sofort raus. Hast du ein Auto? Was? Du bekommst mein Auto nicht? Dann will ich nicht mit dir ausgehen. Tschüss. Marie ist schockiert, als sie zusieht, wie Dirk den Tisch verlässt und zur Tür rennt. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020